Der Workshop war so interessant. Ich war begeistert, weil die Schüler und Schülerinnen waren so konzentriert. Sie sind jung und sie haben meine Rede so gut gehört. Es ist gut, wenn ich mit den Kindern treffen kann und über mein Land, über meine Erfahrung, über meine Situation hier in Österreich. Ich bin neu hier, ich bin seit eineinhalb Jahren hier in Österreich und ich kann ein bisschen Deutsch sprechen. Aber ich glaube, es ist eine gute Erfahrung, mit den Kindern zu sprechen. Und das macht mir Spaß. Ja, und ehrlich gesagt, die Kinder können so gut konzentrieren und hören. Und sie waren auch begeistert über meine Erfahrung in Syrien und dann der Weg nach Österreich und jetzt über meine Situation. Und ich glaube, das macht mir, wir können immer zusammen arbeiten, mit den Kindern nehmen und geben. Und ja, das war eine gute Erfahrung. Und ich will auch immer mit diesem Projekt-Exchange arbeiten. Am Anfang war das Treffen schwierig für mich. Ich war schüchtern, ich war ein bisschen durcheinander und dann kommt besser und besser. Ja, ja.